Du hast, was hast du da drin? Eine Nvidia-Karte? Ja. Äh, soweit ich weiß, geht das mit Treiber auch. Kannst auch ein Video machen. Ich weiß aber nicht, wie das geht. Es spielt ein Video. Es spielt ein Video. Es spielt ein Video. Ich fünge es einen Video. Es spielt ein Video. Vielen Dank.